Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Was? Warum sind Kühe hier? Egal. So, wir haben im letzten Part Gorgons Geheimnis gelüftet, sozusagen. So, und zwar Mini war... Fuck, sind wir falsch. Mini war nie weg... Was? Olivia... Hä? Olivia ist dort? Okay. Warte, was? Okay, vielleicht sind wir doch hier richtig. Wir werden es rausfinden. Hier sind wir wieder. Okay. Das ist wohl nicht das Richtige dann. Also wir wollen ja nicht gegen sie kämpfen. Okay, also Olivia befindet sich hier. Wir werden jetzt aber erstmal bei Mini vorbeischauen. Und ja, Olivia hat offensichtlich einen Haufen Seidner angeheuert, dort aufzupassen. So, hier ist natürlich Vorsicht geboten. Wer weiß, was du hier... Eingestellt... Eingestellt... Also was ist eigentlich... Eigentlich... Drinnen. Mhm. Ah ja. Nix. Auch kein... Naja, das könnte ein Geheimgang sein, aber da können wir nicht rein, okay. Ja, natürlich wird sie uns erwarten. Okay. 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 Hm. Mhm. Hm. Tage 16. Okay. Bam. Surprise. Bawati, du stehst im Weg rum. Was haben wir soweit aufgeräumt? Mini ist natürlich nicht hier. Wär auch zu einfach. Hm. Hm. Ah, zu schwer. Ah, zu schwer. Hm. Irgendwie... Geht's hier aber eh kaum wohin. Jetzt haben wir... ...den Aufzug entriegelt, aber... ...was genau bringt uns das? Also wenn wir die hacken, dann sind die einfach nur außer Betrieb wahrscheinlich oder so. Okay. Okay. Sterbe-Urkunde von Olivia. Okay. Wie ist das? Ja. Ach. Als Pannwitz aufgeräumt. Ich geh mal so. Ich geh mal auf. Hier. Ich geh mal auf. Okay. Ich geh mal auf wieder. Das ist Olivias persönliches Labor. Baaah. 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 Okay. Aufgepasst, die sind gefährlich hier. Mann. Übrigens können wir ihm... Ne, wir können ihm auch nichts anderes geben. Auch keine Rüstung. Ah. Zumindest zwei Rüstungen mehr. Uh. Oh, da ist das natürlich nichts. Leer. Plasma-Karabiner. Okay. Okay. J O-ho-h-h энерг. Oh, ein Schacht hier hätte man sich heimlich oder halbwegs heimlich durchbewegen können. Da geht's nach oben. Boah. Sehr vertikal hier alles. Das ist nur der Aufzug. Ah, da hätte man sich hier vorbeischleichen können und dann da runterspringen wahrscheinlich. Aha. Züchtungen. Noch mit. Aha. Okay. Oh mein Gott. So, reprimieren wir unsere Waffe. Wow. Achtung! Okay, die kommen nicht her. Mhm. Oh, warte, können wir mal in den Raum? Nee, da kommen wir nicht ran. Ja, da kommen wir nicht dran. Okay. Ja, und das ist immer wieder zu schwer. Noch keinerlei Steuerungseinrichtung für die. Oh, die sind schon wieder zu schwer. Wahnsinn. Gibt es vielleicht noch eine bessere Waffe für sie? Was haben wir da? 627. Nope. Dann gibt es nichts besseres. Schön, dann zerlegen wir die anderen Nahkampfwaffen. Offensichtlich sind sie Schrott. Eine Werkbank. Oh. Können wir Paratis Waffen vielleicht verbessern? Haben wir Zugriff überhaupt auf die? Nein, haben wir nicht. Okay, wir können sie nur ersetzen. Wir können sie ja nicht wegnehmen anscheinend. Hä? Wir können... Ah. Jetzt, oder? Ja. Ups. Komm. Die hier. Okay, wir können sie verstärken noch. Was auch noch gar nicht so teuer ist. Mal bitte damit jetzt eine deutlich stärkere Nahkampfwaffe. Aber interessant, dass man sie nicht einfach ablegen kann. Und das können wir auch verbessern. Es gibt hier ein Flüsterrohr, das nicht zu laut ist. Mehr kritischer Schaden. Das ist eigentlich ziemlich egal. Mehr Munition. Plasma. Schock. Oder Korrosion. Dann gehen wir mal auf Schock. Und... Ja, machen wir das auch. Warum nicht? So. Das hier. Und dann... Hoppla. Dann wollen wir es noch verbessern. Aber die ersten Verbesserungen kosten nicht viel. So, jetzt ist es wohl schon recht teuer. So. Das genügt aber. Und Pavati sollte wieder deutlich stärker sein. So. Na ja. Sie hatte das von Anfang an so vor. Oh Junge. Dann... Dann. Das. Oder... Dann. Wann ich. Ich habe Sie keinen Fuss auf zu hier, bis der Arbeit gjort oder? Du musst mir hören. Deine meinen Anwender. Dann. Es gibt nichts zu diskutieren. Ich kann sich Adrena-Time fixieren ohne Cute, und sicherlich ohne Mother. Du hast du Zeit gekommen, hier zu kommen, und besser gesagt, du hast mir verloren. Aber ich werde nichts machen, in der Weise der Prozess. Du hast mich überrascht, Captain. Als wir die Chemie der Adrena-Time fixieren, der Marauder-Probleme wird einfach auszüglichen. Aber viele Leute werden in der Zeit verletzen, und du wirst nicht selbst wissen, ob es funktioniert. Die Tage der Adrena-Time alten sind, und die Marauder-Probleme sind für die Extinction. Hmm. Man, da kommen wir nicht weiter. Du hast meine Terminale gesehen, hast du? Oh, das ist einfach infuriös. Spacer's choice ist nur ein Mittelmeer. Sie haben die Ressourcen, ich habe ein Plan. Und Mutter ist nicht Teil dieser Plan. Mutter hat mich niemals nach R&D-Ton gebracht. Ich war immer ihre incompetenten kleine Brat. Stand down? Ich glaube nicht, Captain. People want to buy clean Drugs, and I want to sell them. Under my leadership, Adrena-Time will live up to its promise. Like certain mothers. Maaan, ich habe zu wenig Überzeugung und alles. Farewell, Captain. If it wasn't already obvious, you're fired. Das ist die Frage, können wir noch irgendetwas anderes machen? Ich fürchte fast nicht. Verdammt. Gut, Freunde, der Part ist eh zu Ende. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.